Wir wollen den Güterverkehr in Richtung Digitalisierung und Automatisierung vorantreiben, um den Kunden ein zeitgemäßes Service bieten zu können. Das Thema Verschub der Zukunft ist ein wesentlicher Bestandteil der Automatisierung im Bahnbetrieb. Verschub bedeutet insbesondere im Güterverkehr die Zerlegung und Neubildung von Güterzügen, aber auch die Ablieferung von Wagen beim Kunden bzw. die Abholung vom Kunden und die Aktivitäten, die da dahinter stehen. In Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Graz wurde ein Simulationstool entwickelt, mit dem die Planung von Verschubaktivitäten unterstützt werden kann. Diese Planungsaktivitäten beziehen sich sowohl auf die erforderliche Infrastruktur als auch auf den Ressourceneinsatz, das heißt auf den Einsatz von Personal und insbesondere Fahrzeugen. Wir betrachten alle Prozessschritte und alle notwendigen Ressourcen zur Abwicklung des Verschubs, sowohl in unseren großen Infrastrukturknoten wie auch in beliebigen Bahnhöfen. Dadurch kann der Gesamtprozess des Verschubes optimiert werden. Besonders spannend ist, dass dieses Instrument auch die Grundlage dafür bilden kann, dass Algorithmen für den automatisierten Verschubbetrieb im Echtbetrieb umgesetzt werden können. Wir haben daher im ersten Schritt, ausgehend von den Darstellungen am Bildschirm, auch den Versuch unternommen, Fahrbefehle auf Modellbahn darzustellen. Die besondere Innovation bei diesem Projekt besteht darin, dass das Tool allen Planern in die Hand gegeben werden kann. Darüber hinaus ist es uns gelungen, in einem innovativen Ansatz, allgemein zugängliche Geodaten mit Daten der ÖBB-Infrastruktur so zu verknüpfen, dass auch hier eine ganzheitliche Bearbeitung von Planungsaufträgen möglich ist. Dies vereinfacht den Planern die Arbeit an den Grundlagen und sie können sich auf die eigentliche Optimierung der Prozesse in der jeweiligen Situation konzentrieren. Die Ergebnisse dieses Projekts helfen uns, den Schienengüterverkehr effizienter, kundenfreundlicher und vor allem zukunftsfähiger zu machen. Das ist unser Beitrag, die Logistikkette von morgen zu gestalten. Das ist unser Beitrag, die Logistikkette von morgen zu gestalten.